Ich wähle am 26. September für den Klimaschutz und möchte, dass das an erster Stelle steht. Warum? Nun, einmal nach draußen geguckt, sieht man sofort, Wiesen sind verbrannt, das Wetter spielt verrückt, es gibt Hitzewellen, die abgewechselt von plötzlichen Regenergüssen und Naturkatastrophen, das, denke ich, alle schon nicht mehr als normal bezeichnen können. Man sieht den Klimawandel vor der eigenen Tür. Es ist keine Glaubensfrage, es ist ein Fakt. Und sei es das Insektensterben, sei es die Naturkatastrophen, es betrifft uns alle und sollte uns alle auch jucken, das Thema. Und besonders, da ich mit Kindern im Kindergarten arbeite, ist mir das ein großes Anliegen, da ich es nicht verantworten kann, den Kindern, die ich gerade großziehe, durch meine Versäumnis, meine Faulheit, durch meine Ignoranz, ein Planeten zu übergeben, Natur zu übergeben, die einfach nicht mehr handelbar ist und das Klimaziel einfach nicht erreicht wurde. Und ich möchte nicht, dass die es dann ausbaden müssen. Deswegen wähle ich fürs Klima. Mach auch du mit. Vielen Dank.